Musik hören und in Mieming zugehören. Das ist ein heueres Wiederes Motto bei die Platzkonzerte von der Musikkapelle Mieming, die außerdem am 16. August alle da im Badesseer Mieming stattfinden werden. Der Georg war wieder mit seinem Radl in Mieming unterwegs und hat einiges Interessantes mitgebracht, was wir eigentlich beim Platzkonzert gern sagen taten. Aber Lukas, wann ist denn jetzt eigentlich das erste Platzkonzert? Ja Maria, das erste Platzkonzert ist schon recht bald, am 16. Juni, soll ich da ein Badesseer, wie du schon gesagt hast. Natürlich mit der ganzen Musik nachher, da können wir uns richtig drauf feiern. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Lukas da. Ich habe gehört, ihr seid auch dabei. Ja, wir sind heute das erste Mal dabei von Trachtenverein Edelweiss Mieming und machen einen Freilufti-Roller-Abend. Na, auf das gefreien wir uns ja schon. Die Verpflegung beim Platzkonzert übernehmen die Magetenterinnen der Musikkapelle Mieming und der Jakob und seitdem vom Leuchtturm. Und das Essen kann ich Ihnen klein empfehlen. Es gibt also leihgute Gründe, zum Platzkonzert zu kommen. Mit Freien in Zerfäng.